Willkommen zurück, Freunde, bei Gothic 2. Ihr müsst verzeihen, das letzte Mal wurde ich leider unterbrochen, war aber auch im Grunde genommen wichtig. Soll jetzt nicht heißen, dass ihr mir nicht wichtig seid, um Gottes Willen. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, ja. Aber da musste ich leider, ich wusste, dass da was dazwischen kommt und deswegen, ne, ihr wisst ja selbstwahrscheinlich, wie es ist, ne. Wir waren das letzte Mal in Xardas Turm, da bin ich nämlich gerade mal eben rausgelaufen und wir wollen uns natürlich noch ein bisschen umgucken im Minenthal. Und deswegen müssen wir mal gucken. Ich will auf jeden Fall die Schürfstellen ablaufen. Gucken, ob ihr vielleicht das ein oder andere Mistvieh, wie die Drachensnapper halt nun mal erschienen sind. Ähm, gucken, dass es den Schürfstellen selbstverständlich gut geht. So, dich, ja, dich kriegen wir noch. So, zack. Ohne Schaden, ne, zu bekommen oder zu erleiden. Ich rechne mal damit, dass die Schürfstellen, ähm, es nicht geschafft haben. Weil am Anfang waren hier Snapper, jetzt sind hier Drachensnapper und... Was, 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 was? Was ist los hier? Oh, Freunde. Oh nein, die Orks. Nein. Ein Orks-Schamane. Bitte nicht. Komm schon, treffe ihn. Wir haben keine Zeit für sowas. Jawohl. Wow. Gebt den Viech an ordentlich saures... Ja, in der Tat. Alles okay bei euch? Komm her, Mistvieh. Oh nein, komm... Gebt den Viech an ordentlich saures... Oh nein. Hier, hier. Ich höre sogar noch mehr. Oh Mann. Ich komme, ich komme. Hau ab, du. Hau ab, du. Jawohl. Aber sowas von. Ne. Wow. Und Fayette ist der Einzige, der überlebt hat, oder was hier? Na, klasse. Alles geht hier im Bach hinunter. Es ist... Nein. Järgern hat es auch erwischt. Verdammt. Ah. Das ist richtig übel hier gerade. Aber sowas von übel. Nein. Ihn hat es auch erwischt. Nein. Jetzt gehen die ersten Paladin hier schon unter. Ah, wie sind denn jetzt bitte die Orks hier hingekommen? Also ich meine, gut... Ja, Fett hat es auch erwischt. Da hatte der Fett doch recht, ja. Oh, ist das bitter. Oh, ja. Zweck braucht er eh nicht mehr. Wir unterhalten uns mal mit dem Oberanführer. Der ja zum Glück es irgendwie noch geschafft hat, ne? So wie es aussieht. Kann ja sein, dass er sagt, hör mal, pass auf. Bring uns hier doch mal bitte weg, oder so. Ne? Zurück zur Burg. Kann ja sein. Aber erstmal wollen wir natürlich hier alles mitgehen lassen. Gib mal her, dein Zeug. Boah, die Schamanen. Ein richtiges Überfallkommando. Ja, nichts zu holen. Drecksorks. So, wie geht's dir denn? Hey. Na? Wie läuft der Erzabbau? Das siehst du doch selber. Miserabel. Ja, eigentlich. Ja, wie? Und das war's, oder wie? Und jetzt stehst du hier alleine rum und alle sind hops? Muss ich jetzt nicht verstehen. Dürfen wir dann an die Truhe dran? Oh, komm schon. Jawoll. Hi, 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 hi. Die erste Schürfstelle ist auf jeden Fall überrannt. Aber eigentlich würde ich auch nicht fragen, ja, wie läuft denn der Erzabbau? Weil hier sind gerade Orks vor der Tür gewesen. Da würde ich fragen, alles fit bei dir oder so. Aber nicht, wie läuft denn der Erzabbau? Oh, Mann. Ja, erstmal hier die Drachensnapper, das olle Pack hier. Komm schon, treff schon. Jawoll, genau so. Oh. Na ja, klar, dass er uns erwischt. Noch einmal. Jawoll. Oh, wie bitter ist das denn? Die erste Schürfstelle wurde schon in Kapitel 2 überrannt. Silvestros Männer haben es nicht geschafft. Die zweite Schürfstelle hält sich noch in Grenzen. Noch stärkere Monster sind gekommen. Und der Fett hat recht gehabt, ja. Und, ja. Die dritte Schürfstelle, wo die alte Mine ist, die wird auch bestimmt nicht mehr stehen. Ja, natürlich haben wir mehr Orks. Überall nur noch Orks. Der ganze Minenteil wurde echt überrannt. Anders kannst du es nicht sagen. Überall nur noch Orks. Und schwarze Wölfe. Aber ich frage mich, ob wir da oben auch noch was haben. Ja, natürlich, da oben sind Drachensnapper. Boah, Freunde. Man merkt deutlich, dass wir hier irgendwie, ja, etwa gegen Ende irgendwie ankommen. Kann das sein? Ich meine, das mit den Orks, das nimmt ja Ausmaße an. Das ist ja nicht mehr schön, ist das hier. Hier sind doch keine Wölfe mehr. Ne, anstatt einem Wolf haben sie ihren Walk hingestellt. Na, komm ran. Boah, die Brücke ist natürlich immer noch eingestürzt. Ich frage mich, kann man da eigentlich noch rüber? Ne, ne? Ne, da kommst du nicht rüber. Ja, hier unten sind wir schon mal gewesen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht alles andere als gut aus. Ein Drachensnapper oder was? Oder haben wir noch mehr? Ja, da hinten ist doch noch irgendwas. Da ist sogar noch ein Orks-Schamane. Urschak. Oh, warte mal. Urschak? Ist das ein Freund oder ein Feind? Urschak? Urschak. Ist das nicht er aus dem ersten Teil? Oh, ja. Ähm. Ja, sieht nicht gut aus, ne? Aber erzähl doch mal. Jetzt geht es nämlich rund. Warum greifen die Orks die Menschen an? Urschak immer sagen zu Volk der Orks, dass Menschen nicht böse und geben viele gute Freunde dort. Aber Schamanen nicht hören auf Urschak. Urschak immer noch in Ungnade bei meinem Volk. So Urschak auch nicht genau wissen, was ist großer Plan von Krieg gegen Menschen. Tja, was ist der große Plan, hör mal. Warum seid ihr auf einmal so viele? Orks kommen aus Bergen. Andere aber kamen mit Schiff und machten großen Zaun. Aha, okay. Was verbirgt sich hinter dem langen Ork-Zaun im Osten? Orks immer errichten großen Zaun und Heimatlager für Krieg. Zaun gut für Krieg. Verbergen Stärke von Ork-Armee und dienen als Schutz. Okay. Was hast du jetzt vor? Urschak warten auf Orks Spähtrupp. Zu bringen Urschak zu Hoshpag. Wer ist Hoshpag? Seien sehr große Schamane. Haben großen Einfluss auf Krieger und machen große Pläne für Orks. Ähm, ja. Der, der Hoshpag ist... Weiß ich nicht. Ist es nicht der Hoshpag, den wir, ähm... um Gaun haben? Warum gehst du nicht zu ihm? Urschak immer wieder versuchen zu bekommen, wie der Würde und alten Platz im Rat der Schamane. Aber bis heute Hoshpag nicht erhören, Urschak. Orks töten Urschak, wenn sehen ohne Spähtrupp. Urschak müssen sprechen mit Hoshpag. Vielleicht haben Glück heute. Au, verdammt. Wo finde ich diesen Hoshpag? Haben Aussichtsplatz über Burg bei großen Vulkanen. Ja, das war er. So Hoshpag kann kontrollieren Orkkrieger. Mist. Mist. Ja, und den haben wir umgehauen. Hoshpag ist tot. Hoshpag tot? Rushasso. Mein Herz tragen schwere Last. Urschak niemals vergessen großen Ork. gegeben Urschak Würde von Schamane. Ich verstehe. Hoshpag war dein Mentor. Ja. Urschak muss nun tragen Würde der Trauer und bringen Hoshpag letzte Ehre. Urschak müssen gehen. Freund besser gehen über Pass. Hier zu gefährlich. Urschak traurig, wenn Freundmensch auch sterben. Okay, immerhin ist... Freund besser gehen jetzt über Pass. Ja. Also erst mal total cool gemacht, dass man selbst den Ork-Freund... Freund besser gehen? Ja, weiß ich ja. Dass wir den Urschak, der uns ja gesagt hat, hier so von wegen, du brauchst ja so ein besonderes Zeichen für die Orks. Das Ulumulu war es, meine ich, gewesen. Ähm... Damit wir uns mit den Orks anfreunden können. Und... Boah, ist das gemein. Ja, schade, dass wir es auch nicht vorher gewusst haben. Woher soll man das denn wissen? Vielleicht hätte man da jetzt irgendwas anderes machen können. Weil es gibt ja immer mehrere Wege, um halt nun mal die Aufgaben, die man hat, zu erfüllen. Vielleicht hätten wir ihm ja sagen können, hör mal, pass auf, ähm... Ja, hier, der Krieg muss enden. Du musst jetzt hier verschwinden, sonst gibt es Ärger oder Stress halt mit den Paladinen, ne, in Anführungszeichen. Und wir hätten ihn gar nicht umbringen müssen. Oh, Mann. Aber, nun gut. Aber cool gemacht, dass man ihn wieder sieht, ja. Das auf jeden Fall. Na, jetzt will ich mal eben kurz hier hoch, denn ich will den Drachensnapper in einen Hinterhalt, äh... ne, legen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Na, meine Hübschen? Wie geht's denn euch da unten? Na, habt ihr ein Problem? Ja, es geht, ne? Es geht. Würde man doch mal behaupten. Jungs, was ist denn los hier? Findet ihr einen Weg nicht? Oh, jetzt kommt sie schon von hier der Seite an, ja. Böse, böse Snapper. Oh, der kann ja sogar springen, ja. Na, hörst du auf zu springen? Springen ist... Pfui. Pfui. Du böses, böses Etwas. So, hier unten sind wir ja schon mal gewesen, ne? Ja, genau. Da unten war noch der Ork. Dann haben wir die nämlich auch schon mal erlegt. Aha, schade. Ich hoffe, wir haben da jetzt nicht irgendwie einen sehr großen Fehler, ähm... begangen, dass wir den Horschpark einfach umgehauen haben. Ich wäre ehrlich gesagt nicht darauf gekommen, dass wir jetzt den Uschrak nochmal treffen und der dann sagt, hör mal, pass auf, ne? Das ist mein Mentor, ich muss den unbedingt sprechen, weil... Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, ärgerlich auf jeden Fall. So viel steht fest. Aber die Orks sind ja auch letzten Endes böse. Ja. Was willst du machen? Aber ich finde es gut, dass er uns in dem Sinne verzeiht oder nicht, äh... Da ist nichts zu holen. ...sauer auf uns ist. Da oben liegt wieder ein toter Drachenjäger, okay. Gucken wir uns gleich an. Erstmal der Waag. Schöner Treffer. Na, komm schon. Komm über deinen Stein. Boah, jawoll. Ja, aber dafür geht es bei uns immer besser voran. Wieder ein Stufenaufstieg. Das lohnt sich so richtig hier mal aufzuräumen, ne? Bei den Orks. Ja, genau. Komm über den Stein, dann bist du Geschichte. Oh, ein Schamane. Ja, das ist natürlich alles andere als gut. Da müssen wir mal gucken. Komm schon, komm schon. Jawoll. Treffen wir den von hier auch? Das würde mich jetzt wundern, aber doch, wir treffen. Ach, wie juck ist das denn? Wow, so ein guter Schütze sind wir. Ich hätte jetzt mit vielen gerechnet, aber nicht aus über die Distanz. Das ist schon... Hoho. Nicht schlecht. So, eigentlich ist unser Weg ganz klar in die Eisregion. Ja, habe ich nicht vergessen. Auf uns wartet noch der gute Eisdrache, dessen Namen ich leider schon wieder vergessen habe. Gebe ich ehrlich zu. Ähm, werden wir uns aber noch hinbegeben. Na? Also, immer schön physisch stillhalten, Freunde. Der Eisdrache, den werden wir nicht entkommen lassen. Jetzt kann ich mal eben kurz gucken. Hat sich hier jemand... Na? Nö, ne? Hat sich keiner hier bequem gemacht bei Diegos Platz. Gut. Wir werden aber dennoch erstmal ein bisschen das Minenthal erkunden. Zumindest, ähm, in dem Sinne alle Viecher, die wir halt hier finden, plätten. Weil ich finde, das lohnt sich doch so und so, damit wir ein bisschen trainieren können. Und das werde ich euch jetzt diesmal nicht offscreen machen, weil ich denke, ihr habt's mal einfach mitverdient, ne? Zu sehen, was man so alles macht. Dafür, dass man so stark wird. Wie zum Beispiel böse, böse Orks. Klatschen. Erschießen. Niederprügeln. Wie auch immer. Welchen Weg man wählt. So. Auch mal dein Gold eben eingepackt. So, und hier war, meine ich schon, keiner mehr, ne? Nö. Hier dürfte zumindest keiner mehr gewesen sein. Ja, jetzt gehen wir mal da drüben in die Höhle. Ne? Da hinten war ja noch diese untote Höhle. Ich frag mich, ob wir da noch jemanden vorfinden. Oben den toten Drachennäger werden wir uns auf jeden Fall auch noch angucken. Aber. Ne, hier sieht es dagegen schon wieder sehr ruhig aus, ne? Hier hatten wir das letzte Mal ja auch Vage und Orks und, ne, sind aber gerade alle nicht da. Aber bestimmte andere nette Mistviecher, denen werden wir begegnen. So, was sind wir denn jetzt? Wir sind Stufe 43 und haben 56 Lernpunkte. Das ist der Hammer. Also, so ein Miental ist echt böse, ne? Das muss man ganz klar sagen. So viel Erfahrung, wie wir hier zur Zeit kriegen, das ist, äh, schon echt phänomenal. Wenn man überlegt, dass wir jetzt definitiv keine Geschicklichkeit mehr lernen, weil 25 Lernpunkte für 5 Punkte Geschicklichkeit, das ist, ne. Da hätten wir, ähm, noch damals lernen können, ne? Ab 90 plus und so oder bis 90 überhaupt mal. Ähm, wir können jetzt ohne Problem unsere Lernpunkte dafür investieren, ne? In die Stärke und in den Zweihandkampf, ne? Zu investieren, damit wir da stärker werden. Und das, äh, hab ich auch vor. Da müssen wir halt nur gucken, wie weit wir halt letzten Endes damit kommen. Ich weiß ja nicht, was so in dem Sinne das Handicap ist oder überhaupt das Cap für, ähm, ne? So ein Level-Up. Dann haben wir drei Snapper. Mal gucken, ob wir so ein guter Schütze sind, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, da treffen wir den Letzten nicht. Oh, das sieht jetzt gar nicht so toll aus, aber... Okay. Eieiei. Da haben wir doch noch ein bisschen mit zu kämpfen, ne? Dann schön mal hier die Heiltränke reingekippt. Und gönn dir mal einen Schluck. Wir haben nämlich richtig viel Leben. Ich glaube, wir sind schon auf über 1000 Lebenspunkte, ne? Lebensenergie-Bonus ist 70. Das ist ja nicht verkehrt, aber... Mal eben kurz gucken. Wir sind, ne, bei 881 Lebenspunkte sind wir. Achso, tragen wir eigentlich das Amulett wieder? Nö, war ja klar, ne? So. Die Macht Innus ist wieder mit uns. So, und weil die so viele schöne, nette und sonderbare Kreaturen herumwandern, gucken wir uns selbstverständlich in aller Ruhe um. Vielleicht finden wir hier noch das ein oder andere Mistvieh. Genauso ging es ja auch darum, dass der Anger, ne, der Chor Anger, wenn ihr euch erinnert, der hat ja gesagt, hier bei dem Grab, ne? Da hatten wir ja damals seinen Amulett her. Ob hier jetzt auch wieder neue Viecher sind? Das würde mich jetzt wundern, aber... Es scheint nicht so. Hm. Wenn ich diese Musik wieder höre, ne? Ach, guck mal, hier ist der Anger. Ah. Sieh an, sieh an. Da ist er ja, der Junge. Na? Mein Freund? Hey. Ja, da ist er. Ja, Ende. Das war's. Ende im Gelände. Okay. So, wir können natürlich über den langen Pass gehen. Das werden wir, glaube ich, dann auch, je nachdem wir machen. Hm. Immer wieder Herz aller Liebst, ne? Da fühlst du dich dort direkt heimisch. Oh, Suchende. Wow. Also, die Suchenden verfolgen uns auch im Miental, ne? Das ist aber auch verdammt, ist das hier. Der hat aber auch nur einen Heiltrank dabei, den ich sehr gerne an mich nehme. Wenn er wisst, warum. Das ist... Ei, ei, ei. Ich glaube, wir werden die Lerntränke, ähm... Zumindest die Heiltränke erlernen. Das werden wir noch tun. Wollte ich mir erst mal gucken. Hallo? Keine neuen Viecher? Keine neuen Viecher. Okay, dann war's das nämlich hier mit dem Skelett-Magier. Der hatte nämlich, meine ich, das Amulett dabei. Gut. Ähm... So schön, oder? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Erstmal muss ich hier weg. Boah. Kriege ich ja Gänsehaut. Bei dem Gekreische hier. Wir könnten jetzt über oben den Pass entlanglaufen. Aber genau das dachte ich mir. Da würden wir nämlich, glaube ich... Nein, da ist ein Troll. Eine Menge Erfahrung verlieren. Also, kommt mal her. Meine Burschen. Jawohl. Und noch einmal. Boah, sehr schön. Die Erfahrung nehmen wir nämlich noch mit. Genauso wie das Fleisch und das Fell. Und da haben wir echt einen Troll. Es ist lange her, dass wir einen Troll gesehen haben, Freunde. Da ist er. Der Troll. Da müssen wir auf jeden Fall vorher für speichern. So, Dalle. Dann geht's nämlich auch darum, Troll. Bist du alleine? Oder wie sieht's aus hier? Komm mal her. Verursachen wir dir eigentlich Schaden, Troll. Wenn wir dich mal treffen. Das ist ein Witz, ne? Ne. Wir treffen ihn nicht. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ist ja gut. So, jetzt muss ich mal raus scrollen. Weil das Problem ist... Oh, er hat uns nicht getroffen. Ah, genau. Das wollte ich nämlich. Genau. Bäum dich mal auf. Mein Trollfreund. Und Hicke, Hacke. Ne? Ihr wisst ja, was jetzt Sache ist. Links und rechts und links. Oh, oh, oh. Schön zur Seite. Wir müssen nämlich hinten ran. An den Schinken müssen wir. Mit dem Meisterding. So, Schlitz, Schlitz. Oh, oh, oh. Oh, komm rum, bitte. Ja. Ah, Mist. Wir treffen immer nur zweimal, ne? Aber egal. Das passt ja. Schlitz, Schlitz. Jawohl. Und wieder einmal rum. Wir haben immer ein bisschen Zeit, ne? Der haut gar nicht sofort zu. Oh, Mist. Ein, zwei. Jawohl. Der hat gesessen. Oh, da verliert er viel Blut. Und noch einmal. Jawohl. Komm, noch einmal rum. Und dann machen wir links. Oh, da habe ich gerade gefällt. Verzeiht. Aber jetzt links, rechts. Komm, wir schnetzeln. Dich hier rum. Da kannst du dich aufbäumen, wie du willst. So. Geh zu Boden. Troll. Einen Trollfälle erhalten. Wow. Ich liebe Troll über alles. Ich glaube, wir wären sogar in dem Sinne so mächtig, dass wir schon so, ne? So, so Auge um Auge zahnen und um Zahnen mit denen aufnehmen könnten. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Pieks. Bin ich der Meinung. Ja, das müsste eigentlich gehen. So, hier hinten hatten wir, meine ich, damals noch die Goblin-Bäre gefunden. Genau, deswegen laufe ich hier nochmal rüber. Denn hier haben wir auch wieder neue Mistviecher. Ah, und die gute Erfahrung, Freunde. Die müssen wir uns, ne? Komm schon. Na, noch einmal. Jawohl. Da haben wir ihn getroffen. Äh, die Erfahrung werden wir nicht, äh, liegen lassen. Aber sehr schön. Da hinten müssen wir jetzt gleich hin. Werden wir auch machen. Da bin ich echt neugierig. Aber theoretisch könnte man auch, ja, was heißt theoretisch? Auch praktisch. Trinken wir doch uns mal einen Geschicklichkeitstrank, ne? Und diesmal auch, wenn wir jetzt eigentlich schon im Grunde genommen über der Zeit liegen, ne? Die letzte Folge war natürlich ein bisschen kürzer. Weil ich da ja, ne, was Wichtiges zu tun hatte, leider. Und, äh, deswegen machen wir einfach mal ein bisschen länger heute. Ja? Einfach als Zusatz. Ich glaube, den einen oder anderen, der würde sich das sogar, ja, ich sag mal, eine halbe Stunde angucken oder so. Eine Stunde fände ich sogar in dem Sinne ein bisschen übertrieben. Ähm, gebe auch ich persönlich zu. Eine Stunde muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, nicht, dass es für mich jetzt nicht im Bereich des Möglichen wäre, das, äh, ne, zu bringen. Ne? Jetzt nicht falsch verstehen, sondern ich glaube, dass eine Stunde sich eine LP angucken. Hier sind ja auch wieder die Banditen. Ach du je. Ähm, wäre halt jetzt nicht, glaube ich, so das Beste. So, kommt schon. Ach, euch kriegen wir doch alle hier. Na, wer ist hier der bessere Schütze? Komm. Wer schießt besser? Da haben wir dich getroffen. Zack, da liegt er auf dem Boden. Oh, da ist ja noch einer. Zack. Wir haben doch keine Chance. Sag mal, wo kommen denn wieder die ganzen Banditen her? Zack. Ja, die werden wir doch mal so was von ausnehmen. Ne, deswegen, ich glaube, 20 Minuten ist, glaube ich, immer so ein guter, ein guter Durchschnitt. Sagen wir es mal so. So, du gibst dir auch mal dein ganzes Zeug her. Und du gibst dir auch dein ganzes Zeug her. Ja, ihr habt nämlich immer so schön massig viele Sachen dabei. Da flacht das Herz. So, hier noch alles mitgenommen. Dich auch. So, was seid ihr? Da oben sind alles Banditen. Das sind keine Freunde, ja. Ich wiederhole. Keine Drachenjäger-Freunde. Ja, jetzt bist du dran, ne. Jetzt bist du dran. Komm schon, komm schon. Zong, zong. Euch werden wir doch mal so was vom Plätten, werden wir euch. Ihr verursacht nämlich selbst keinen Schaden. Oh, jetzt geht's aber rundher. Jetzt werden sie aber langsam frech. Komm schon, schön rum da. Jawohl, komm schon. Oh, was sind wir für ein guter Schütze. Komm schon. Er darf uns nicht treffen, aber wir ihn. Ja. So, was ist... Ach, der ist auch schon hinüber. Und du? Ich kann wieder nicht angreifen. Nein. Ich kann nicht angreifen, ne. Ich kann nicht schießen. Nein, du tust den Bogen jetzt auf den Rücken, holst ihn raus und dann wirst du diesen herrumtreiber, umhauen. So. Eieiei, so. Her mit deinem Zeug. Okay, den hatten wir schon. Gar nicht mal so wenige, ne. Das ist schon... Schon Wahnsinn, was die Jungs hier sich angesammelt haben. Oh, die haben aber echt viele Pfeile dabei, ne. So an die 50 Stück, das finde ich richtig gut. Habt vielen Dank, ne. Oh, Bogen, Pfeil, was bist du? Ja, auch wieder nur ein Bogen, ne. Schade. Der hat nämlich Bolzen dabei. Er hat wieder einen Haufen Pfeile dabei und sonstigen Kram. Natürlich die ganzen kleinen Minischwerter. Ich glaube nicht, dass hier einer dabei ist, der was Besonderes dabei hat. Aber, ähm, ja. Bogen, noch ein Bogen und noch ein Bogen und, ja. Alles her damit. Ja, Pfeile nehme ich auch gerne. Ne, bei unserem Verschleiß an Pfeilen. So, und dich nehmen wir auch noch mit. Wow. Ja, war richtig gut, ne. Richtig viele Viecher hier. Das ist... Zumindest Menschen. Viecher. Ach, ja. Wo war... Da oben ist ja noch der Kollege. Da oben ist ja noch der Kollege. Hier sind keine Goblins mehr drin, ne? Ne. Aber sonst sieht doch alles, äh, klar aus, ne? Da unten könnten wir uns schlafen legen. Mh, ja, Freunde. Wie machen wir es denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen oben über die Brücke, ne? Warum denn nicht? Komm, machen wir mal. Gehen wir oben über die Brücke. Können wir ja mal gucken, was sich da alles so verändert hat. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir halt mal zum Eistrachen. Denn der gute Silvio ist ja auch da hingegangen. Dann bin ich mal gespannt, wann war auf den, äh, haudigen Treffen, ne? Den neuen Halunken. Mit dem haben wir nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Vielleicht ist er ja auch der Anführer dieses Packs hier. Dieser Bandit... Boah, Banditen. Jetzt kriege ich sogar noch Schluck auf. Oh, nee. Snapper. Ja. Haben wir Snapper Nummer 1, den wir nicht treffen. Doch, jetzt haben wir ihn getroffen. Oh, da kommen sie jetzt alle. Die Wilden. Freche kleine Viecher. Die Snapper, die waren damals schon super genial. Damals hatte ich auch Angst vor denen. Oh, heutzutage nicht mehr. Was ist das denn? Ist das... Ist aber nicht unsere Blutspur, ne? Also die, die wir jetzt gerade in dem Sinne dahin gesetzt haben. So, sieh mal einen an. Oh, wen haben wir da? Oh, da ist Bulko. Und wo Bulko ist, ist der Silvio auf jeden Fall nicht weit entfernt, Freunde. Oh ja, oh ja. Da haben wir sie gefunden. Schneller als uns lieb ist. Da oben war immer noch der Dietrich, ne? Das wollen wir uns den auch nie holen, ne? Oh, was ist denn da unten? Ja, hallo Jungs. Äh, ja, wartet mal. Ich komm mal rüber, ne? Ich komm mal rüber. Was machen die denn da? Haben wir doch noch wirklich ein paar vergessen? Die nehmen wir natürlich mit. Ja, renn so schnell wie du kannst. Ja, guck mal wie schnell ich rennen kann, mein Freund. So schnell kann ich rennen, ne? Renn so schnell wie du kannst. So is it. Zack. Schnell gerannt, oder? Ähm. Alles okay? Ja, du bist auf jeden Fall tot. Gut, das kann man looten. Hm. Fall um? Oder auch nicht? Ja. Hat halt noch ein paar Zuckungen. Gibt es auch, hab ich gehört. Ich hab ja noch nie jemanden umgebracht. Also, ne? So, wen haben wir hier? Da ist es. Silvio und Bulko. Die Schweine, die den Lee nicht abkönnen. Ich würde sagen, Freunde, das gucken wir uns das nächste Mal an. Bis dahin. Ja. Ja.